Also es ist fast immer Ansichtssache des Mütters, klar, aber... Ich verstehe Ihre Argumentation auch, nur wenn einem was runterfällt, ist es dreckig. Es gibt ja drei Hingings, die sind da jeden. Und man kann ja auch ein bisschen süchtig sein. Dann müssen die Stadt vorbeigern lassen. So, dann haben wir quasi zwei Zimmer, ein kleines, ein großes. Also ich glaube, wir haben in dem Zimmer ungefähr... Ist da ein Video beim Klingen? Ja. Da, wo Sie jetzt gerade unten standen, haben wir das eine Tor. Und dann haben wir jetzt eine Eingangstür, das sozusagen so gut gesichert worden ist. Wir haben, wie gesagt, die Überraschung mit dabei. Ab 20 Uhr werden auch so eine... Das Eisentor dann auch verschleun wurde gegrillt. Dachterrasse. Und die Dachterrasse hat zugeschlossen. Wunderbar. Die Bärin. Das ist natürlich Wahnsinn. Im Sonnenschein im Sommer, Sie haben hier den ganzen Tag von Fuh bespielt. Die Sonne ist gegrillt da auf und standet dann hier rum. Wunderbar.